Herzlich Willkommen zur Rallye Köln Ahrweiler 2022, bei der wir eine kleine B-Serie für euch gedreht haben. Und zwar stellen wir euch verschiedene straßenzugelassene Rallye-Autos vor und lassen sie auf einer WP gegeneinander antreten. Dafür haben wir uns WP3, das Lückenbacher Hohl, ja am zweiten Tag der Rallye Köln Ahrweiler ausgesucht. Die führt über 9,6 Kilometer von Lückenbach über Reiferscheid bis nach Fuchshofen und hat in schneller Abfolge ganz unterschiedliche Terrains zu bieten. Welches unserer Teams hier das schnellste sein wird, das finden wir natürlich gemeinsam heraus. Weiter geht's mit dem Ford Escort RS Mark II von Darius und der erklärt uns jetzt erstmal ein bisschen was zu dem Auto. Das ist ein Escort MK II, 2 Liter, das Baujahr 75, das Fahrzeug hat ca. 195 PS, erreichende Geschwindigkeit von 170 bis 175 kmh, das ist sehr kurz übersetzt. Das Auto wiegt jetzt, also so kampffertig, um die 1000 Kilo, also doch 1000, 1020 Kilo. Ohne Servo, Unterstützung, Lenkung, Bremse, da muss man noch richtig arbeiten, old school. Ein paar Infos noch zu dem Ford Escort RS von Darius, den er übrigens in etwa 1000 Stunden Eigenarbeit komplett selbst gebaut hat. In denen hat er so ungefähr alles geändert, was das Gruppe 2 Reglement hergegeben hat. Dazu gehören auch die typischen Karosserieverbreiterungen. Unter der Haube wurde natürlich auch der 1975 cm³ große Achtventiler komplett überarbeitet. Er wird nun zum Beispiel von 45er Weber Vergasern beatmet, die Abgase strömen durch einen Fächerkrümmer und eine von Darius selbst angefertigte Abgasanlage. Der Motor gibt seine Kraft weiter an ein Fünfganggetriebe von ZF und von hier aus wird sie weitergeleitet an ein sehr kurzes und lamellengesperrtes Heckdifferential mit einem Sperrwert von 75%. Unter anderem durch das Verlegen der Anlenkpunkte der Fahrwerkskomponenten hat Darius darüber hinaus die komplette Achsgeometrie an seinem Escort verändert und zusätzlich zu den Blattfedern fanden an der Hinterachse zum Beispiel Netron-Federbeine ihren Platz. Hinter Mini-Lights in 9x13 Zoll und passenden Pirelli-Rally-Reifen verbergen sich Mehrkolben-Festsättel an der Vorderachse. Auch an der Hinterachse wird mittlerweile mit einer Scheibenbremse verzögert, hier mussten die Trommeln weichen. Auch von innen ist der Escort super sauber aufgebaut, es gibt eine Einschweißzelle, Sitzschalen und Gurte von OMP, eine hydraulische Handbremse und natürlich wunderbar analoge Instrumente. Wie schnell Darius und sein Beifahrer Marco den Ford Escort RS durch das Lückenbacher Hohl feuern können, das sehen wir jetzt. Ob sie vielleicht sogar Frank und Lisa von der Spitze verdrängen können, wir sind gespannt. Wie schnell Darius-Rally-Rally-Rally-Rally Darius-Rally-Rally-Rally Darius-Rally-Rally-Rally Darius-Rally-Rally-Rally-Rally Darius-Rally-Rally-Rally Darius-Rally-Rally-Rally-Rally Darius-Rally-Rally Darius-Rally-Rally-Rally Darius-Rally-Rally Darius-Rally-Rally-Rally 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 Darius-Rally-Rally Darius-Rally-Rally Darius-Rally-Rally-Rally Darius-Rally-Rally Darius-Rally-Rally-Rally Darius-Rally-Rally-Rally Darius-Rally-Rally Darius-Rally-Rally-Rally Darius-Rally-Rally-Rally Darius-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally-Rally mal. Ciao.